Juhu, Leute, ich starte ein neues Format. Und zwar könnt ihr mich auf meiner Minimalismus-Reise begleiten. Die Aufnahmen im folgenden Video stammen vom letzten Jahr, 2021. Was ich da Schönes aussortiert habe, das seht ihr jetzt. Ich bin fetter-minimalisieren. Und das nicht geht aus. Fetter-minimalisieren, wir bringen jetzt meine Couch runter, denn die wird in ein paar Stunden abgeholt. Gegenstand 2 kommt jetzt auch weg. Diese schöne Punk. Gegenstand Nummer 3. Genau. Ist dieses, ja, Art Blumenholzregal. Den Minimalismus in seinen Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Aha. Catching. Jo, weiter geht's. Gegenstand. Vier, fünf und sechs. Ja, drei Holzlatten, Holzstangen. Genau. Gegenstand 7. Ja, ist dieses Metallgestell fürs Wadezimmer, was an meinen Türen nicht passt und einfach unpraktisch ist und wackelt. Und ja, das kommt jetzt weg. Gegenstand 8 und 9. Diese zwei Stangen mit einem kleinen Clip unten für Gardinen. Und die brauche ich definitiv nicht mehr. Und dann kommen wir auch noch zu Gegenstand 10. Ein Toilettensitz. Ein alter, der leider etwas abgebrochen ist. Genau. Gegenstand 11. Genau. Genau. Und sie ist Kacke. Die funktioniert nicht richtig und geht auch nicht mehr richtig sauber und alles. Und ja, die kommt jetzt auch weg. Gegenstand 12 und 13. Ja, zwei Kleiderstangen, weil ich den Schrank nicht mehr habe. Ich dachte, ich werde sie nochmal anderweitig verwenden. Aber ich brauche sie nicht mehr. So, Gegenstand Nummer 13. 13. 14? Okay. Gegenstand Nummer 14. Dieses Regal. Bin ich da mit drauf? Ja, da bist du aber halt mit drauf. Genau. Ein Regal für eine Wohnwand. Die nicht mehr existiert. Wo da drunter immer ein Fernseher war und da drüber ein paar Sachen drauf. Aber die existiert schon lange nicht mehr. Aber ich dachte, das Regal kann man noch gebrauchen. Aber nein, kann man nicht. Gut. Jetzt zählen wir meinen Zusatz durch. So. Eins, zwei, drei. Vier Stangen. Eine Berliner. Eigentlich die fünfte Stange, noch da ist eine Quartier dran. Dann. Äh, wann haben wir gescheitert? Sechs, sieben, acht, zwei, zehn, elf, elf, zeh. Fünfzehn, sechs. Das sind wir schon bei 30 Gegenstände. Naja, ein bisschen weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zehn, elf, zehn, elf, dreißen, fröhsen, 15, 16, 17, 18, 18. 23, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 36, 37, 37, 67 Gegenstände. Das steht alles. Jetzt fehlen nur noch zwei Sachen und dann bin ich fertig. Gegenstand 68 und da hat Pascal Gegenstand 69 ein altes Kissen, das echt nicht mehr so gut aussieht und eine alte durchgelegene Matratze. Alter, das hätte ich nicht gedacht, dass sie so heftig aussieht. Krass. Gegenstand Nummer eins ist dieser kleine Kamin mit integrierten Heizlüfter. Ja, der ist leider kaputt und funktioniert gar nicht mehr. Sehr, sehr schade finde ich das, weil der war wunderschön und ja, den stelle ich jetzt unten auf die Straße, weil ich habe Elektroschrott angemeldet und ja, morgen früh wird der abgeholt. Gegenstand 2 und 3. Zwei alte Öfen, kleine Backöfen. Da stehen die drei Gegenstände und es regnet. Ölf. Bretter. Ja, die ich jetzt aussortiere. Wir haben heute den 20. September 21. Dann wurden die Bretter runtergebracht. Mein Nachbar hatte Sperrmüll beantragt und ich durfte etwas dazu packen. Bis auf ein paar Bretter, die ich fast täglich im Gebrauch habe, habe ich nun alle entsorgt. Okay, das war's. Du musst jetzt auf die Bretter. Beat. Ich muss jetzt hier ansetzen, dass ich heute in der Movement bin. Bis zum nächsten Mal. Wenn ich hier bin. Sind Sie? das letzte ich werde so fertig es ist ansteigend aber das resultat nachher minimalismus zu leben wird mir leichtigkeit bringen für jahre dass diese kurze anstrengung nichts gegen insgesamt habe ich 83 gegenstände 2021 aussortiert jetzt im september 2022 werde ich wieder neu beginnen mit dem minimalisieren da habe ich schon richtig bock drauf bin aber leider vorher nicht dazu gekommen ich hoffe auf jeden fall euch hat das video gefallen schreibt mir doch gern einen kommentar und sage ich winke winke ich wünsche ich einen wunderschönen lebtag und wir hören und sehen uns beim nächsten mal so 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 so